Knock-off Choreografie Guylaine Bourdonge Christelle Durand Julie Lepine Stéphane Cormier Nicolas Langeance Nils Paulsen 52 Count 2 Wall 2 Restart Intermediate Level Line Dance Sektion 1 Side Rock Close Side Rock Behind Side Cross Side Rock Viertel Turn Sektion 2 Schaffel Vor Viertel Touch Scoot Back 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 Rock Kick Ball Change Option Anstatt Touch Scoot Back Shuffle Vor Shuffle Halb Back Rock Kick Ball Change Sektion 3 Heel Close Heel Close Heel Close Heel Close Stamp Hold Heel Close Heel Close Stamp Hold Sektion 4 Shuffle Vor Step Halb Viertel Turn Schasse Links Back Rock Rock Sektion 5 Sektion 5 Kick Step Touch Back Kick Back Heel Step Touch Back Heel Step Kick Ball Step Sektion 6 Rock Step Triple Turn Rock Step Shuffle Halb Sektion 7 Out Out Heel Bound Mit dem Count 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 Restart in der dritten Wand Richtung 12 Uhr nach 16 Count. 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 6 7 8 Restart Viertel Turn Side Rock und Side Rock behind Side Cross Side Rock Viertel. Restart in der vierten Wand nach 32 Count. 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8 8 1 2 3 4 5 6 7 8 Restart. Happy Dancing! 5 6 7 7 12 14 14